Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 13. April 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1182 und heute die folgenden Themen. Epic Games, Daumen, Deezer, Spotify und Plex. Ich beginne gleich mit Epics Games und denen geht es ja schon seit zwei, drei Jahren nicht so gut. Ein Schelm, wer da böses denkt, dass man klagen möchte in Richtung Apple und Co. Ja, lassen wir das Thema mal. Sie haben Geld bekommen und zwar nicht wenig, zweimal eine Milliarde und einmal ist das von Sony. Das zweite Mal ist das von der Holdinggesellschaft, die über Lego und anderen lustigen Firmen in dem Bereich steht. Die haben beide eine Milliarde Währungseinheiten in den Topf geschmissen und bringen damit Epic Games schönes Geld rein. Das aber nicht nur aus Eigennutz, sondern eben aus Eigennutz, weil man möchte da Spiele im Bereich Metaverse etc. verwirklichen. Und was genau, das wird sich dann mit der Zeit zeigen. Jetzt hängt gerade mein Browser und deshalb kann ich euch nicht mehr hoffentlich alles nicht richtig wiedergeben. Weiter geht es mit Netflix. Die führen das Zwei-Daumen-Prinzip ein. Wem bis jetzt die Ein-Daumen-Strategie nicht gepasst hat, mit Ein-Daumen-Hoch-und-Ein-Daumen-Runter. Jetzt geht es doppelt hoch und Ein-Runter-und-Ein-Hoch. Wer Filme ganz stark gemocht hat und oder Serien, der kann jetzt zwei Däumchen vergeben. Jippie. Ich will die Sterne zurück oder ihn drin haben irgendwie. Dieser kann schon seit vielen Jahren, wie auch andere Dienste, die Songtitel anzeigen, welche aktuell gespielt werden. Nicht nur Songtitel, sondern auch die Texte darinter. Das ändert sich jetzt. Jetzt kann man auch diese übersetzen lassen. Wer also Englisch, Französisch oder welche Sprache nicht mächtig ist, der kann sich dem bedienen und sich somit dann eben die Texte übersetzen lassen. Das funktioniert aktuell bei 10.000 Titeln und soll eben ab sofort verfügbar sein. In dem Fall viel Spass beim Übersetzen von Songs und herausfinden, dass gewisse Songs gar nicht das aussagen möchten, was ihr vielleicht da rein interpretiert. Spotify hat die App Spotify Greenroom in Spotify Live umbenamst und gleichzeitig den Dienst in die Spotify App mit integriert. Da bekommt man nicht nur mehr Musik und Podcasts, sondern eben auch Live-Inhalte. Das Ganze ist so Clubhouse-stilmässig. Also jemand quatscht live und holt Leute mit auf die Bühne. Wer das möchte, kann das jetzt in Spotify Live drin machen. Aus der App heraus nur für Originals. In der separaten App können es auch unabhängige Podcaster oder Live-Menschen tun, wenn man dann möchte. Zu guter Letzt geht es nochmals um das Thema Podcasts. Dieses Mal geht es um Plex. Das ist die Plattform, Streaming-Plattform, wenn man es so möchte. Den eigenen Server, den man aufsetzen kann zu Hause mit seinem ganzen Content. Und ja, die streichen. Zum einen ist, und ich kann es jetzt eben nicht mehr lesen, das eine waren, glaube ich, Webshows und das andere Podcasts. Die Podcasts werden aus Plex rausgestrichen. Bis irgendwie Ende diesem Monat ist es noch möglich. Die Podcast-Hörerinnen können sich eine OpenML-Datei rausziehen und dann umziehen in einen anderen Podcatcher. Ja, liebe Spotify-Hörer, ihr wisst nicht, um was es geht. Aber das ist halt so richtiges Podcatcher-Zeugs. Tut mir leid, Entschuldigung. In diesem Sinne, besten Dank fürs Reinschauen. Oder hören, besser gesagt, euch noch einen schönen Tag. Und wenn ihr mögt, gerne morgen wieder. Bis bald, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.